Irgendwas richtig weirdes. Kann ich das mal bitte schaffen, man. Das Level ist Arsch, mal das Bossfight. Easy Demon. Leute, aufhören Easy Demons zu machen, die Bossfights haben. Das wär richtig cool. Ja, das ist der Wiesner. Mega und Black hat Loadsfights. Mein Junge, der hat selten im Bereich, der hat nicht mehr geschrieben. Das ist ne Lüge. Hallo, wir haben voll geschrieben. Fehling. Ja, aber davor? Ja, davor. Ja, das zählt auch. Der hat gefragt. Ich hätte auch sagen können, Megu wollte mir schon mehrmals an Arsch. Aber ich weiß ja nicht, ob das irgendwie so gut wäre. Nicht nur bei dir. Einfach in der Staff Application. Ja, also Megu kenn ich, der wollte an meinen Arsch. Und sonst, ja, ich kenn auch so andere Leute. Die wollten nicht an meinen Arsch. Aber Megu schon. Ich will mal. Das ist klar. Das ist klar. Ja, das ist klar. Ja, war ne gute Staff Application gewesen, glaub ich. Leute im Staff Team haben gute Dinge von dir erzählt. Was? Kennst du irgendjemand aus dem Staff Team? Jaaa. Megu den Arschgreifer. Ja. 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 Ja.